Guten Morgen. Nicht live, die Technik hat mich im Stich gelassen, aber fast live. Ich musste dann ein bisschen hektisch aufbrechen. So ist es an einem normalen Tag morgen. Aber dafür sind wir jetzt da. Ihr braucht eine Matte, die kann sich ja schon mal ein bisschen entspannen. Und ihr braucht mich. Was soll man bei so einem Wetter anders machen als Schönsport? Ich hätte mir nichts ein. Wir stellen uns erst mal hin und kommen erst mal an. Füße parallel zueinander, etwa hüftbreit auseinander. Die Knie leicht aus dem Gelenk raus. Leicht knicken. Bauch und Boden anspannen. Atmet schön in den Brustkopf. Tiefe in die Seiten atmen. Die Hände nehmen wir an die Hosennaht. Fingerspitzen anlegen. Die Fingerspitzen bleiben an der Hosennaht. Und wir drehen die Schultern. Der Vorteil bei diesen ganzen Online-Sachen ist ja, man kann das auch ohne Schlafanzugose machen. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ihr müsst nicht um 8 Uhr in der Halle sein. So. Aber dafür ist natürlich auch nicht so lustig, als wenn wir beisammen wären. Das ist natürlich wahr. Immer noch drehen, ganz klein. Finger bleiben dran. So. Immer noch. Wir spüren das langsam. Die Muskeln. Ein bisschen wärmer werden. Größere Bewegungen mit den Schultern. Aber die Finger bleiben immer noch an der Hosennaht. Dann merkt ihr, das ist eine andere Bewegung, als wenn ich so mache. Das ist viel tiefer gehend. Andere Muskeln. Wir nehmen den ganzen Radius, den wir zur Verfügung haben. Dabei bleibt der Rest des Kappers aber gerade. Vor allem unseren Kopf bewegen wir nicht mit. Der bleibt an Ort und Stelle. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und locker lassen. Kopf baumelt. Langsam wieder aufrollen nach oben. Wir stellen uns wieder aufrecht hin. Poanspannung. Wir legen eine Hand auf die Schulter. Und jetzt drehen wir mal diesen Arm und spüren mal nach, welche Muskeln sich hier alle bewegen. Jetzt drückt ihr die Schulter ein bisschen runter mit der Hand. Und gegen den Widerstand. Boah, ich kriege schon von der Schlüssel. Ja. Gegen den Widerstand bewegen. Immer kreisen. Ich drücke schon kräftig. Und locker. Die andere Seite. Runter drücken. Nein, erstmal nur spüren. Entschuldigung. Erstmal nur spüren. Schulter kreis. Spüren den ganzen Muskeln. Knirsch, knack. Ja, was passiert? Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Die Schulter bewegt sich. So. Und jetzt Druck. Und ein bisschen gegendrücken. Und hier die Schulter kräftig mit dem Gegengewicht kreisen. Das knackt laut. Hört ihr das? Das knackt, bis wir zu einem Sportplatz hier. Cool, wer nicht in Hamburg ist, sondern von außerhalb aus dem Haus hier anzuguckt. Es ist nicht Abend. Das ist Hamburger Herbst. Draußen. Es ist tatsächlich so dunkel. Morgens um kurz nach acht. So ist das. Trotzdem schön, ne? Einfach schön. Nach vorne hängen. Kopf baumelt. Und langsam wieder hoch. Wir drehen beide Schultern großzügig nach hinten. Hören wir, ob es gleichmäßig knackt. Und locker lassen. Der Kopf. Hals für die Säule. Wir legen von rechts nach links. Auch hier noch ein bisschen den Schlafsand. Aus dem Gelenk oder aus den Gelenken dieseln lassen. In der Mitte stoppt. Wir gucken nach rechts und links. Jetzt versuch mal wirklich einen Schulterblick zu machen. Ob da hinten ein Auto kommt. Sagt, beschrei. Wenn hinter mir eins auftaucht. Ein bisschen langsamer, dafür ein bisschen mehr. Wir nehmen die Hände hinten auf den Rücken. Schulterblick. Und jetzt, wenn wir nach hinten gucken. Zieh die Elben ab. Nach hinten. Sehr gut. Noch zweimal. Und locker lassen. Wieder abrollen. Hängen lassen. Kopf baumeln. Schulter baumeln. Und langsam nach hinten rollen. Der Kopf geht vor. Nacken lang. Und wir gucken nach unten. Wir gucken nach unten. Wir gucken nach unten. In der Mitte stoppt. In der Mitte stoppt. Wir rollen einen kleinen Golfball. Kennt ihr? Wungeln. 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 Genau. Sehr gut. Rollen. 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 Andersrum. In der Mitte stoppt. In der Mitte stoppt. Die Übung. Der Ägypter. Habt ihr gewünscht? Wir sind drei Jahre auf. So. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Wer das jetzt nicht so kann, der übt das doch mal. Weil es wird dann langsam ein bisschen smoother, ne? Knackt das in den Ohren, ist es gut. Ohren locker lassen. Das ist ausschüttend. Folgende Übung. Diesmal legen wir beide Hände an den Kopf. Und jetzt tut ihr so, als wollt ihr den Kopf so ein bisschen hin und her rücken. Das heißt, ich drücke hier und ich drücke da. Aber haltet dann immer spontan mit dem Kopf dagegen. Da verstehe ich aufrecht. Knie sind gebeugbar und sind eingespannt. Schultern weg von den Ohren. Druck und Gegendruck. Dann merkt ihr das in der Holzsäule. Schultern. Manchmal knackt du knirscht das dann noch ordentlich. Noch ein bisschen. Also ich drücke schon fest, ne? Das ist eine ordentliche Spannung. Druck, 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 Druck und locker lassen. Nochmal rechts und links. In der Mitte stecken. Wir setzen die Füße nach vorne. Ganz entspannt. Wir haben jetzt schön unsere Schultern, Nackenmuskulatur und Wirbelsäule da aufgewärmt. Jetzt gehen wir mal zum unteren Teil unserer Wirbelsäule. Jetzt ziehen. Entschuldigung. Kick, 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 Kick. Knie hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Wir werden langsamer und ziehen das Knie an den Bauch. 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 Schön langsamer. Noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger. 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 Zwei. Zwei. Eins. Und locker lassen. Hände auf die Hüftknochen. Da sind die ungefähr. Ja? Spürt man. Wir gehen rechts und links. Ganz einfach. Ganz fancy. So fancy. So fancy walk. Zack. Wir sind ja unter uns, ne? Zwei. Locker, locker. Und ein bisschen schneller. Merkt ihr das vielleicht schon? Da hinten bewegt sich was. Sehr schön. Vier. Drei. Zwei. Und locker lassen. Schütteln. Die Füße etwas weiter öffnen. Finger zeigen nach außen. Warum zeigen die Finger nach außen? Wenn ich es so mache, gehe ich immer in so eine verämmte Hände. Und wenn ich aber schon mal meine Hände nach außen drehe, mache ich hier den Fußkorb weiter. Deswegen. Wir stützen uns auf den Oberschenkeln ab. Wir machen den Rücken lang. Und wir machen den Rücken rund. Jetzt mal richtig spüren. Hier die ganze Hübsäule entlang. Ah. Bis in die Hübsäule. Jetzt strecken wir den Po raus und nehmen die Schultern wieder zurück. Diese ganzen Bewegungen fließend langsam machen wir einfach ein paar Mal. Nicht nur den Kopf bewegen, sondern auch den Po. Der Po rollt sich ein und rollt sich aus. Sozusagen, als würden wir ein Rotkreuz machen wollen. Ja? Dann spüren wir, wie sich hier die Wirbelsäule durch bewegt. Und rund. Ah. Sehr schön. Finger zeigen nach außen. Mein Blick bleibt aber am Boden. Das heißt, das Einzige, was ich nicht mache, ist nach vorne zu gucken. Sondern schön lang. Wir rollen den Kopf ein. Und wir strecken den Kopf raus. Galapagos Schildrück. Zwei Mal machen wir auch. Also schon streng. Letztes Mal. Gerade machen. Wir bleiben gerade. Wir ziehen. Eine Schulter zum Boden. Und wir spüren hier die Spannung. Im Schulterkopf. Hier oben. Und wir legen die andere Hand hinten auf den Rücken. Und ein Moment halten. Den Kopf ein bisschen locker bewegen zwischendurch. Po ist ausgestreckt. Wir kommen zur Mitte. Wir rollen einmal auf. Schultern kreisen. Wir kommen wieder mit geraden Rücken runter. Wir ziehen die andere Schulter zum Boden. Spüren die Dehnung und legen die andere Hand wieder auf den Rücken. Wieder zur Mitte. Aufrollen. Wir brauchen unsere Matte. Wir machen noch eine schöne Geburt von Mobilisation. Ach, wir haben schon wieder einen Verzug hier. Danach kommt der Power-Kurs. Deswegen, wir können uns hier nicht so lange aufhalten. So. Wunderbar. Mobilisation. Wir setzen uns ans Ende der Matte und gehen nach vorne. So. Wenn wir vorne angelangt sind. Dann gehen wir wieder zurück. Sehr gut. Hausaufgabe. Wir gehen noch einmal nach hinten. Los. 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 Los Vier, drei, zwei, eins. Und wieder reinlassen. Eine schnelle Runde Bauch und ihr könnt ja noch einfach Weiterbau machen, ne? Runterrollen, eine Hand und eine Hand. Ein Bein, ein Bein. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ein Bein, ein Bein, eine Hand und eine Hand. Und wieder reinlassen. So, alles nochmal ein bisschen durchbewegen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt dran, dann kommt gleich Stoppwechsel plus, plus, plus.